Herzlich Willkommen bei 63k Backstage. Heute haben wir ein Unboxing für euch. Wir haben uns den neuen DJI Ronin M zugelegt und den packen wir jetzt mal gemeinsam aus und ich werde euch ein zu erzählen und wie es zu der Entscheidung kam, dass wir uns das Gerät gekauft haben und sonst was ihr noch so wissen müsst über DJI's neuste Innovation. So, das war schon mal einfach. Zack, Deckel auf. Ah ja, als erstes sehen wir hier erstmal User Manual und ein Quick Starter Guide. Schauen wir uns später genauer an. Und jetzt wird's spannend. Okay, schön verpackt, das legen wir mal was rein. Gut, und dann fangen wir schon gleich mit dem ersten Teil an, dem größten Teil. Das wird wahrscheinlich der Stand sein, wo man den Ronin einhängen kann, wenn man ihn nicht gebraucht. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, dem zweitgrößten Teil im Karton. Die Haupteinheit. Hier haben wir Handlebars. Eine, hier die zweite. Aus Carbon, wie es aussieht. Sehr schön. Das ist weg. Hier ein kleines Täschchen. Schauen wir mal unsere Täschchen drin ist. Schrauben, Inbus, Inbusse und die Objektivverwerbung, die das Objektiv an der Kameraplatte stabilisiert. Weiter geht's. Oh, hier, ganz wichtiges Teil. Hochumstritten, ob es wirklich dabei ist, aber sie ist dabei. Die Fernbedienung. Man war sich nicht sicher, da DJI beim Phantom 3 den Kameraufrucksack mit angepriesen hat, aber später wieder revidiert hat und so war er nicht im Lieferumfang enthalten. Und deswegen hat man gesagt, beim Ronin M ist es nicht sicher, ob eine Fernbedienung jetzt im Lieferumfang enthalten ist oder ob man sie exklusiv kaufen muss, aber sie ist dabei. Das ist sehr schön. Top-Handle für die Griffhalterung. Alles sehr schön verpackt. Batterie. Ladegerät für die Batterie. USB-Kabel für die Firmware. Handgriff 1 und Handgriff Nummer 2. Und dann, zu guter Letzt, die Kameraplatte. Das war's schon. Schauen wir mal, ob man das unten drunter ist. Nein, auch hier noch. Ein Zettel. Von Clubflight direkt. Wir haben den DJI Ronin über Clubflight bezogen. Supportware sei gut. Und sind auch bei der ersten Auslieferung jetzt in Deutschland dabei gewesen. Und sind jetzt gespannt, das Gerät zu testen. Jetzt werden wir erstmal gucken, wie viel Akku auf dem, wie viel Akku die Batterie hat. In der Regel ist das bei DJI so, dass die ihre Batterien ausliefern mit mindestens zwei Balken. Dass man sie gleich erstmal benutzen kann. Und gleich erstmal die Geräte testen kann, bevor man sie laden muss. Ist so. Sehr gut. Gut, dann wollen wir das Ganze mal zusammenbauen. Erstmal schneiden wir den Karton weg. So, dann fangen wir mal an zusammenzubauen. Fangen wir mit dem Stand an. Dann wollen wir ihn dann einhängen. Gucken wir, was funktioniert. Das ist beiseite. Schön den Lippverschluss festgemacht. Für den Transport. So, dann wollen wir den mal aufstellen. Alles mit Druckknöpfen. Zack. Zack. Und mit der Schraube justieren. Das können wir abnehmen. Wir fangen mal mit der Haupteinheit an. Das ist zum eigentlichen Rollen. Drei Achsen, alles Klappschlussmotoren. Die die Kamera später stabilisieren sollen. Auch schön, wie man sieht, mit einem Klettverschluss festgemacht. Zack. Das ist schön geblickert. Die andere Seite die Heben auf. Die kann man bestimmt noch gebrauchen dafür. So. So. Ablegen. Dann nehmen wir den oberen Griff. Für den Aktenkoffermodus. Das ist der Vorteil. Wie der große Brolin hat der kleine. Ebenfalls drei Modi, in denen man ihn nutzen kann. Einmal den Aktenkoffer. Einmal vor der Brust. Was wir später noch zeigen werden. Und einmal normal. So. Jetzt machen wir als erstes die Griffe. Die Handgriffe drin. So schön die Gummi. Wir haben erst überlegt, uns den großen Ronin zu kaufen. Aber dann haben wir mitbekommen, dass der Ronin M auf den Markt kommt. Und haben uns dann für diesen entschieden. Da wir sowieso nur mit Spiegelreflexkameras filmen. Und dann macht es einfach mehr Sinn, dass wir ein leichteres Kameragimbal haben, um nicht so viel Gewicht zu haben. Und wir müssen eben auch keine großen Kameras tragen. Das ist der große Vorteil. Natürlich ist der M noch mal ein bisschen weiterverarbeitet. Ein paar neue Features. Ein paar Sachen besser gemacht als beim normalen Ronin. Und so fiel die Entscheidung eigentlich sehr leicht. So können wir es dann einhängen. Und wir haben uns den kleinen gegönnt. Den verbinden. Schiebt mir einfach drauf. Drückt das Knöpfchen. Und justiert das Ganze dann. Mit einer Rändelschraube. Dass es fest sitzt. Perfekt. Den können wir wieder anheben. Und einhängen. Wunderbar. Dann geht es weiter. Jetzt müssten wir als erstes eigentlich die Batterie laden. Aber die hat ja zwei Balken. Dann werden wir uns jetzt als nächstes mal die 5D holen. Und werden die auf der Kamerablatte. An die Kamerablatte montieren. Um die dann später in den Ronin einzusetzen. Wir haben jetzt die 5D geholt. Und ich habe schon mal die Schnellwechselplatte mit einer Viertelzollschraube montiert. Und hier vorne die Objektivstütze. Die wir ja vorhin auch schon gesehen haben. Die das Objektiv stützen soll. Jetzt werden wir das ganze System mit dem Ronin einsetzen. Per Schnellwechsel. Und dann werden wir uns in Ruhe dem Kalibrieren widmen. Und so wie wir dann erst das Testmaterial erstellt haben, werden wir uns bei euch melden. Wenn ihr Fragen habt, postet sie in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns auch freuen. Vielen Dank.